Bei mehreren Gelegenheiten hat mich mein Interesse am Übernatürlichen zu einigen der renommiertesten Bildungsstätten im gesamten Vereinigten Königreich geführt. Von den ehrwürdigen Hallen in Oxford und Cambridge bis zu den bescheideneren Umgebungen der innenstädtischen Colleges und Schulen war meine Suche nach Beweisen für derartige Anmaßungen selten von Erfolg gekrönt. Als ich jedoch die Universität von St. Andrews in Schottland erkundete, fand ich ein interessantes Buch, das in einer dunklen und muffigen Ecke der Campusbibliothek versteckt war. Das Buch selbst war ungewöhnlich. Sein Einband war in verwittertes und geschwärztes Leder gebunden, das die Falten und Risse der Zeit unverhohlen trug. Es stammte aus dem 16. Jahrhundert und schienen verschiedene Beschreibungen und Berichte über das tägliche Leben der Menschen in Etik zu enthalten, einer kleinen abgelegenen Stadt in den südlichen Moorgebieten des Landes. Beim Durchstöbern des Bandes fanden sich verschiedene Einträge von diversen Autoren, die sich über einen Zeitraum von 60 Jahren erstreckten. Es schien in dieser Zeit von Stadtältesten zu Stadtältesten weitergegeben worden zu sein. Um ehrlich zu sein, enthielt das meiste davon müßige Grübeleien über die Stadtbewohner und Pläne für eine Reihe von bescheidenen Bauprojekten und Verbesserungen. Gerade als ich zu dem Schluss kommen wollte, dass das Buch für mich uninteressant ist, bemerkte ich auf der Innenseite des hinteren Umschlags, dass jemand ein Bild gezeichnet hatte. Es war zwar elegant gezeichnet, aber hätte ich es nie als ansprechend bezeichnet, denn als ich es zum ersten Mal sah, reagierte ich sofort mit Abscheu. Die Kombination aus den harten, fast schon zornigen schwarzen Linien und den kahlen Bildern, die der Künstler gezeichnet hatte, hinterließ bei mir einen durch und durch unangenehmen Eindruck. Ich schauderte, als ich meinen Blick darüber schweifen ließ und versuchte, das Bild eines großen Mannes mit langen, dünnen Armen und Beinen zu erfassen. Sein Gesicht wurde teilweise von seinen sehr hageren, weißen Händen verdeckt, aber was man sehen konnte, war monströs. Aus seiner Stirn traten starke Adern hervor, die zu einer blassen Glatze führten. Seine Augen waren tief in den Schädel eingelassen und die umliegenden Wälder schienen sich ängstlich von ihm wegzudrehen und zu neigen. Zuerst nahm ich an, dass es sich bei dem Bild um eine Art abscheuliches Graffiti handelt, aber unten auf der Seite stand das Datum 1578 und ein eher ungewöhnlicher Name, Herbert Solomon. Ob dies der Name der bedrohlichen Figur auf der Zeichnung oder des Künstlers war, das wusste ich nicht. Beunruhigt und doch gefesselt von dieser dunklen Waldszene beschloss ich, das Buch weiter zu studieren. Ich wollte unbedingt wissen, wer dieses Wesen war und warum jemand das Bedürfnis hatte, seine seltsame Gestalt in einer Zeichnung festzuhalten. Einer Zeichnung auf der Rückseite eines Buches, das sonst dazu dient, das Leben der Stadtbewohner festzuhalten. Bei näherer Betrachtung überraschte ich mich noch mehr, dass dasselbe Bild an anderen Stellen des Buches wieder auftauchte, aber anscheinend von verschiedenen Personen gezeichnet wurde. In dem Buch fand ich zahlreiche Erwähnungen von Herbert Solomon und es wurde schnell klar, dass er tatsächlich der ausgemergelte Mann auf dem Bild war. Er hatte im 16. Jahrhundert am Rande der Stadt Etik gelebt. Es war ein kleiner und unterentwickelter Ort, der von allen Seiten vom dichten Wald von Etik umgeben war, der wiederum inmitten einer ausgedehnten Region von südlichem Moorland lag. Der Ort hatte eine kleine Pfarrkirche mit einem bescheidenen Glockenturm, ein Gästehaus, das üblicherweise von Reisenden genutzt wurde, die durch die unbarmherzige Landschaft zogen und malerische Kopfsteinpflasterstraßen, die sich um die Häuser und das Rathaus schlängelten. Laut den Beschreibungen im Buch begannen im Dezember 1577 Kinder aus der Stadt einfach zu verschwinden. Das erste war ein junges Mädchen mit dem Namen Elena Sutherland. Sie hatte mit ein paar Freunden an einem alten Brunnen am Stadtrand gespielt und dabei versehentlich eine kleine Spielzeugpuppe in den Brunnen fallen lassen, was ihr großen Kummer bereitete. Da sie die Puppe nicht retten konnte, kehrte sie nach Hause zurück, um sich eine Schnur und einen alten Haken zu leihen, in der Hoffnung, die Puppe aus dem Wasser fischen zu können. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie zum Brunnen lief, gerade als die Sonne unterging. In Panik suchten die Einwohner den Brunnen auf, durchkämmten die Weizenfelder und schickten sogar mehrere Gruppen in die umliegenden Wälder. Doch leider wurde das Mädchen nicht gefunden. Ein paar Tage später machte ein Junge namens Eric Kennedy eine Besorgung für seine Großmutter. Es war dunkel, aber er musste nur etwas Wolle zu den Munros bringen, um sich für das Getreide zu bedanken, das sie zur Verfügung gestellt hatten. Man ging davon aus, dass zumindest das Zentrum der Stadt sicher sein würde, aber der Junge erledigte seinen Auftrag nicht. Er verschwand, als ob er aus dem Leben gerissen worden wäre. Ende Januar hatte ein ungewöhnlich strenger Winter der Stadt und ihren Bewohnern erheblichen Schaden zugefügt. Große, dicke Eis- und Schneemassen bedeckten jedes Haus und jedes Gebäude. Mehrere Menschen starben allein an der Kälte und die Grundstimmung in der Stadt Etik war düster. Trotz dieser schwierigen Zeiten sorgten sich die Einwohner mehr um die Sicherheit ihres Nachwuchses. Insgesamt waren nun sieben Kinder ohne Grund und Ursache verschwunden. Ganze Familien weinten vor Verzweiflung und die Einwohner von Etik begannen, einander misstrauisch zu beäugen. Sie kannten die Wahrheit. Jemand hatte ihnen ihre Kinder weggenommen. Mitte Februar waren zwei weitere Kinder verschwunden und jede Familie und jedes Gemeindemitglied warf sich anklagende Blicke zu. Der Stadtälteste beschloss zu handeln und nahm die mühsame Aufgabe auf sich, den Unhold zu finden und zu fangen. Es wurden bürokratische Diskussionen geführt, kirchliche Gruppen einberufen und in jedem Haus, in jeder Straße, in jeder Ecke von Etik kam den Bewohnern ein Name über die Lippen. Herbert Solomon. Je öfter der Name genannt wurde, desto gewisser war seine Missetat. Herbert Solomon war ein Außenseiter. Er lebte in einer kleinen Holzhütte in den Wäldern, die die Stadt umgaben, und wegen seines bedauernswerten Aussehens mieter-menschlichen Kontakt. Niemand wusste, woran er litt, und in den unerleuchteten Zeiten des 16. Jahrhunderts in Schottland glaubten viele, dass er verflucht war. Der moderne Betrachter hätte ihn für das Opfer einer tödlichen Krankheit gehalten. Er wagte sich nur selten in die Stadt, außer bei einigen wenigen Gelegenheiten, um Vorräte zu kaufen. Und selbst dann bedeckte er sein Gesicht mit einem braunen, angeschlagenen Hut und einem grauen Tuch, das seine Gesichtszüge bis auf zwei tiefliegende, verdunkelte Augen verbarg. Einige Einwohner erzählten Geschichten über Herbert Sollemann. Demnach stand er am Waldrand und beobachtete die Bauern bei der Feldarbeit und die Kinder beim Spielen auf den Feldern. Es war seine Faszination für Kinder, die bei vielen ein ungutes Gefühl hinterließ. Einige Kinder der Stadt kehrten vom Spielen in der Nähe des Waldes mit wunderschön gefertigten Puppen und Spielzeug nach Hause zurück. Sie waren ein Geschenk von Herbert Sollemann und da sie unschuldige Kinder waren, konnten sie nichts von den Gefahren wissen, die da draußen lauerten. Als die Kinder zu verschwinden begannen, richteten sich die Augen sofort auf den seltsamen Mann, der in den Wäldern lebt. Die Anschuldigungen wurden durch das Geflüster der verängstigten Eltern weitergetragen und als die Geflüster immer lauter wurden, beschloss man, dass Herbert Sollemann gestoppt werden musste. In einer kalten Februarnacht entschieden die Ältesten der Stadt, dass Sollemann sofort verhaftet werden sollte. Trauer, Wut, Groll und Angst stiegen mit dieser Nachricht auf ein Fieberpegel und jeder Mann, jede Frau und jedes Kind machten sich auf den Weg über die Felder in die umliegenden Wälder, um den Kindermörder Herbert Sollemann zu suchen. Was genau in dieser Nacht geschah, darüber gibt es nur wenige Details, aber es scheint, als hätten die Einwohner der Stadt Attic versucht, Herbert aus seiner kleinen Hütte zu vertreiben, indem sie sie in Brand steckten. Die Menschenmenge jubelte, als die Hitze wuchs und das Feuer immer größer wurde. Seine Schreie hallten durch den Wald, bis sie schließlich von den Flammen zum Schweigen gebracht wurden. Die Stadtbewohner glaubten, dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden war und obwohl die Trauer der Eltern, die ihre Kinder verloren hatten, nie gestillt werden konnte, gab es zumindest die Genugtuung zu wissen, dass der verantwortliche Mann nun tot war. Doch in den folgenden Tagen wurde die ganze Stadt unruhig. Es wurden Geschichten über seltsame nächtliche Begegnungen auf den Straßen erzählt, über eine hagere, schattenhafte Gestalt, die über die Kopfsteinpflaster schlich und sich in der Dunkelheit versteckte. Innerhalb einer Woche behaupteten zahlreiche Einwohner, dass sie nachts aufgewacht seien und einen unwillkommenen Besucher gesehen hätten. Eine ältere Dame wachte auf, weil etwas unter ihrem Bett raschelte und wäre vor Schreck fast gestorben, als sich ein großer, dünner Mann unter ihrem Bett hervorzog. Sie fiel in Ohnmacht, aber nicht, bevor sie sein Gesicht gesehen hatte. Ein welker Ton, als wäre er von einer Krankheit gezeichnet. Seine Augen schwärze als die Nacht und seine Hände bestanden aus straff gezogener Haut über knochigen Fingern. In einer anderen Geschichte ging es um einen Handwerker, der ein Geräusch in seinem Keller nachging und dabei auf eine grässliche Gestalt stieß, die so groß und hager war, dass sie sich bücken musste, um die niedrige Decke zu umgehen. Dem Mann gelang es zu entkommen, aber er weigerte sich, sein Grundstück wieder zu betreten. Den Stadtbewohnern wurde klar, dass der rachsüchtige Geist von Herbert Solomon immer noch nach weiteren Opfern aus dem Jenseits suchte. Sein Hass und seine hässliche Gestalt suchten die Stadt heim, die ihn ermordet hatte. Mit jedem Tag der Verstrich wurden die Sichtungen deutlicher und zahlreicher. Ein Nebel legte sich über die Stadt und die Menschen weinten und trauerten, als der Ruf von Herbert Solomon Nacht für Nacht jeden Einzelnen in Angst und Schrecken versetzte. Man sah ihn zwischen den Weizenfeldern, in den Kellern und auf den Dachböden der Häuser umherstreifen und seine langen, klaffenden Schritte halten jede Nacht durch die Straßen von Etik. Sie waren verflucht worden. Zu Lebzeiten hatte Herbert Solomon ihre Kinder entführt und ermordet und jetzt im Tod schien er über die verdrehten Mittel zu verfügen, die gesamte Stadt zu terrorisieren. Und dann geschah das Undenkbare. Ein weiteres Kind wurde vermisst. Ein junges Waisenmädchen, das oft durch die Straßen streifte, wenn es keinen Platz für die Nacht fand, wurde gehört, wie es um sein Leben schrie. Die Bewohner der Stadt eilten zu ihren Fenstern und schauten hinaus, trauten sich aber nicht, die imaginäre Sicherheit ihrer Häuser zu verlassen. Sie waren wie gelähmt vor Angst. Die Schreie verstummten schnell und kurz darauf tauchte die bedrohliche Gestalt von Herbert Solomon ziellos im Nebel auf. Er stürmte die Straßen hinunter, schlug mit seinen leblosen Armen gegen die Häuser, an denen er vorbeiging, zerkratzte die Türen und Fenster mit seinen starren Fingern und ließ dabei einen widernatürlichen Schrei der Wut und des Hassers aus. Das Mädchen war verschwunden und die Stadt trauerte wieder einmal. In den folgenden Tagen verdichtete sich der Nebel und mit ihm folgte die unschöne Nachricht, dass zwei weitere Kinder entführt worden waren. Das eine war ein Mädchen, das mit einem heftigen Streit mit seiner Familie das Haus auf Nimmerwiedersehen verließ. Das andere war ein Junge namens Matthew, der Sohn eines bekannten Trinkers, der von Solomons Händen aus seinem Bett geholt wurde, während der Vater vor lauter Trunkenheit das Bewusstsein verlor. Während eines Gottesdienstes geschah wiedermals das Undenkbare. Solomon erschien kurzfristig in den Gängen der Kirche, scheinbar unberührt von geweihtem Boden. Die Gemeinde wimmerte entsetzt und verächtlich, als seine windschiefe, dürre Gestalt langsam hinter einer Säule verschwand. Es war in der Tat eine Machtdemonstration. Die Hoffnung war fast verloren. Nicht einmal eine Kultstätte konnte ihn abweisen, und er war jetzt in der Lage, nachts in jedes Haus einzudringen und sich zu nehmen, was oder wen er wollte. Die Stadt musste handeln oder den Ort ganz aufgeben, aber es gab keine Garantie, dass der Fluch Solomons sie nicht verfolgen würde. Der örtliche Pfarrer, ein Mann namens Mackenzie, wurde von den Einwohnern von Etik gebeten, die ihm übertragene heilige Macht zu nutzen. Um den Geist Solomons zu vernichten oder zu verbannen, wurde ein Plan ausgearbeitet. Der Pfarrer und einige Auserwählte, ausgerüstet mit Fackeln, gesegneten Schwertern und Fläschchen mit Weihwasser, sollten die Stadt bewachen und darauf warten, dass die verfluchte Gestalt des Kindermörders wieder auftaucht. Dann würden sie ihn zur Rede stellen. Von mehreren Hausfenstern, Dächern und günstigen Straßenecken aus observierten die Auserwählten von Mackenzie so viel wie möglich von der Stadt und warteten. Sie brauchten jedoch nicht lange zu lauern. In dieser Nacht erschien die einsame Gestalt von Herbert Solomon durch den Nebel und schritt zielstrebig durch die Straßen von Etik. Rufe und Schreie ertönten, als die Menschen einander alarmierten, dass Solomon zurückgekehrt war. Familien hielten ihre Kinder eng umschlungen, während dunkle Gedanken die Stadt beherrschten. Bitte verschone, mein Kind, nimm das eines anderen! Mackenzie war der Erste, der ihm gegenüberstand. Sein Wille wurde durch den Anblick von Solomons hässlichem, blassen Gesicht erschüttert, das verrottet und verwüstet war. Die schlachsige, spindeldürre Gestalt starrte den Geistlichen aufmerksam aus schwarzen, trüben Augen an. Ein weiterer Mann kam hinzu, dann noch einer, bald war Herbert Solomon umzingelt. Mackenzie wies die Männer an, den Kreis langsam zu schließen. Mit der einen Hand zogen sie ihre Schwerter, mit der anderen hielten sie die brennenden Fackeln. Die Angst packte sie, aber sie wussten, dass dies ihre einzige Chance sein könnte. Mackenzie warf eine Fiole auf Solomons träge Füße und während er einen christlichen Psalm sprach, schlug ein anderer Mann mit seiner Fackel zu. Der Schlag knisterte, als der mit Stoff bedeckte Arm Solomons Feuer fing. Die Bewohner der Stadt, die von ihren Häusern aus zusahen, jubelten, aber der Mann war zu nah herangekommen und hatte eine Lücke in den Kreis gerissen, die Solomons zielstrebig nutzte. Er floh. Seine spindelnden Beine und fuchtelnden Arme warfen spinnartige Schatten auf die Mauern und die gepflasterten Straßen, an denen er vorbeilief. Die Stadtbewohner verfolgten die jämmerliche Gestalt, die an jeder Straßenecke, in jeder Gasse, in jedem Hof versuchte, ihrer Wut zu entkommen. Der Lärm alarmierte die Stadt. Herbert Solomons versuchte zu fliehen. Aus allen Häusern der Stadt strömten die Menschen aus ihren Häusern und trugen alles, was sie als behelfsmäßige Waffen tragen konnten. Sie überschwemmten die Straßen und rannten den Protesten, Rufen und Schreien von Solomons Verfolgern entgegen. Mit jeder gepflasterten Straßenecke gingen Solomons die Verstecke aus. Als er schließlich die Hauptstraße der Stadt entlang taumelte, stoppte er. Die Stadtbewohner hatten alle Fluchtwege versperrt. Er saß in der Falle. McKenzie drängte sich an die Spitze der Menge und bat um Ruhe und Gelassenheit, als er sich der gebeugten, geschlagenen Gestalt von Herbert Solomons näherte. Er und seine Auserwählten würden die Stadt Etik ein für allemal von dieser Abscheulichkeit befreien. Mit dem Fläschchen in der Hand und begleitet von mehreren großen, bulligen Männern die Schwerter schwangen, näherte sich McKenzie langsam und rezitierte Verse aus der Bibel. Mit dunklen Augen beobachtete Herbert Solomons, wie sich die Stadtbewohner mit hasserfüllten Gesichtern und Rachegedanken auf ihn zubewegten. Und dann drehte er sich einfach um und begab sich in eine offene Türöffnung neben ihm. Die Leute schnappten nach Luft und McKenzie und seine Gefolgsleute stürmten ihm hinterher. Das Haus, das sie betreten hatten, war still und auf dem harten Holzboden des Hauptflurs lag der bleiche Körper eines jungen Mädchens. Das Knarren der Dielen unter dem Gewicht der Leiche war zu hören, während die zahlreichen Verfolger das Haus durchsuchten, aber nichts fanden. Dann geschah etwas Wundersames. Das kleine Mädchen schnappte nach Luft. Sie war am Leben. Sie hatte kaum noch Kraft. Alles, was sie tun konnte, war ein einziges Wort aussprechen. Unten. Im Keller des Hauses fand McKinsey eine düstere und grausame Szene vor. Der Boden war blutverschmiert und der gänzlich tote Körper eines Mannes lag mit dem Gesicht nach unten auf ihm. Die Kinder, die entführt worden waren, lagen angekettet an den Wänden dieses düsteren Ortes. Sie waren teilweise betäubt, unterernährt und traumatisiert, aber sie waren am Leben. Die Stadt freute sich über die Nachricht, Familien wurden wiedervereint, Leben wurden wiederhergestellt. Der Nebel eines düsteren und schrecklichen Winters lichtete sich langsam und alles schien gut zu sein. Als sie wieder zu Kräften gekommen waren, erzählten die Kinder, was ihnen widerfahren war. Jedes von ihnen war von einem Mann namens Tom Sutherland entführt worden. Er war der Vater des ersten Mädchens, das verschwunden war und es schien, als hätte er sie getötet. Niemand wusste es genau, aber viele wussten von seiner Übellaunigkeit und dass er die Arme Alayna bei mehr als einer Gelegenheit geschlagen hatte. Von Schuldgefühlen und Verlusten geplagt begann Sutherland, Kinder mit dem Messer zu bedrohen und in seinem Keller einzusperren. Oft betäubte er sie mit einheimischen Kraut und schlug sie gelegentlich, während er erbärmlich in Selbstmitleid weinte. An dem Tag, an dem die Kinder gefunden wurden, betrat Sutherland den Keller betrunken mit einem Messer und einem Seil. Er begann erneut die Kinder zu schlagen und sagte ihnen, dass eines von ihnen an diesem Tag sterben würde. Er löste die Fesseln eines der Kinder und drückte es mit den Knien auf den Boden. Das Messer hielt er über ihren Hals, aber gerade als er die Klinge in sie stoßen wollte, betrat jemand das Haus. Sutherland wurde wütend, aber derjenige, der oben auf der Treppe stand, jagte ihm so viel Angst ein, dass er sich schnell in den Keller zurück zog. Unter der Tür hindurch drückte sich die große vernarbte Gestalt von Herbert Solomon. Als das kleine Mädchen ihn erblickte und nun frei war, kroch es schnell zwischen Herberts langen Beinen hindurch. Sie war frei, aber zu schwach um zu laufen. Sie wurde ohnmächtig, bevor sie aus dem Haus fliehen konnte. Die Einzelheiten darüber, was mit Tom Sutherland geschah, wurden durch den labilen halbbewussten Zustand der Zeugen vernebelt. Aber es war klar, dass sein Genick gebrochen und sein Kopf mit solcher Kraft verdreht war, dass er in eine unnatürliche gegenläufige Richtung zeigte. Es gab verschiedene Berichte über spätere Blicke auf Herbert Solomon und einige der Kinder behaupteten, gelegentlich wunderschön gearbeitete Puppen und Spielzeug am Waldrand zu finden. Aber das kann natürlich nicht bewiesen werden. Ich hätte sogar gesagt, dass die ganze Geschichte nicht belegbar ist, wenn ich nicht einige Monate nach der Lektüre dieses alten Buches in den Tiefen der St. Andrews ein Ereignis erlebt hätte. Ein Kollege und guter Freund von mir lud mich ein, ein paar Tage bei seiner Familie auf dem Land zu verbringen. Ich wusste, dass das Haus in den Grenzgebieten lag, keine halbe Autostunde von Attic entfernt und konnte mir die Gelegenheit einfach nicht entgehen lassen, mir die Gegend näher anzusehen. Es war mir gelungen, die Verantwortlichen zu überreden, mir zu erlauben, das Buch aus St. Andrews mitzunehmen und es meinem Freund zu zeigen. Er hatte ein besonderes Interesse an der Geschichte der Region und verfügte über ein nicht unerhebliches Wissen darüber. Ich dachte, er könnte vielleicht etwas Licht in diese seltsame Geschichte bringen. Seine Familie war sehr freundlich zu mir und das Haus und sein Grundstück lagen ruhig in der Sommersonne, während seine Kinder auf den Feldern spielten und eine sorglose und glückliche Zeit hatten. Nachdem er das Buch gelesen hatte, sagte er mir, dass es faszinierend sei, dass er von einem Gedicht aus dem 17. Jahrhundert wisse, in dem es um einen Mann namens Solomon geht, aber mehr konnte er mir nicht sagen. Am nächsten Tag hörten wir Schreie aus der Nähe des Hauses. Es war das kleine Mädchen meines Freundes. Wir rannten nach draußen, wir folgten den Hilfeschrein zu einem alten Zaun und einem steilen Grashügel hinunter und erreichten einen gewundenen und reißenden Fluss. Das Mädchen war hineingefallen und klammerte sich an eine große Baumwurzel, die von der gegenüberliegenden Uferböschung ins Wasser ragte. Die Wurzel war nass und mein Freund stieß einen Schrecknesschrei aus, als seine Tochter den Halt verlor und den Fluss hinunter gegen eine große Formation aus riesigen scharfen scharfen Felsen geschleudert wurde, die unter der Wasseroberfläche hervorlugten. Der Fluss ließ sie nicht los und schlug sie mit solcher Wucht um sich, dass es schwer vorstellbar war, wie sie es überleben konnte. Mit dem Schrecken im Hinterkopf, das ja trinken könnte, schafften wir es schließlich bis zum Ufer des Flusses. Als wir in die trübe Flut stürzten, Wir waren zu weit weg. Plötzlich wurde unsere Aufmerksamkeit durch das Knacken und Knarren einer großen hageren Gestalt auf der anderen Seite des Flusses erregt, die mit enormer Geschwindigkeit aus dem Wald auf das gegenüberliegende Ufer zustürmte. Mit einer schnellen Bewegung tauchte er eine dünne knochige Hand in das tosende Wasser ein, setzte sich gegen die gewaltige Strömung durch und zog das junge Mädchen schließlich in Sicherheit. Sie war am Leben, verängstigt, weinend, aber lebendig und unverletzt. Die bleiche, ausgemergelte Gestalt setzte das Mädchen sanft auf den Boden, starrte uns mit verdunkelten Augen von der anderen Seite des Wassers an, während wir uns selbst in Sicherheit brachten. Dann drehte sie sich um und verschwand in den Wäldern. Er ist nur noch eine Erinnerung. Selbst im Tod war Herbert Solomon der freundlichste und sanfteste Mensch.